Roboter erobern den Alltag. Sie können sprechen, kochen und entwickeln sich immer mehr in Richtung Mensch. Werden sie uns in Zukunft ablösen? Künstliche Intelligenz. Wird der Mensch in Zukunft überflüssig? Künstliche Intelligenz. Wird der Mensch in Zukunft überflüssig? Künstliche Intelligenz. Wird der Mensch in Zukunft überflüssig? Künstliche Intelligenz. Wird der Mensch in Zukunft überflüssig?